Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei Vorn of War 2 Retribution. Ja, und bevor wir in die nächste Mission starten, gucken wir nochmal kurz unseren Schwarmlord an. Der ist eigentlich gut so ausgerüstet wie er ist. Probieren wir in der nächsten Mission mal die Sporen innen aus. Wenn sie nichts bringen, werden sie halt durch einen anderen Biomorph ersetzt. Also, Eiswelt Aurelia. Eiswerk Minus. Ein Eiswerk. Widerstand. Acht geben. Eliminieren. Brüder, wir müssen kaum loben, denn der Bau des dunklen Portals ist abgeschlossen. Wo Aragas' Tempel zerstört wurde, können wir nun wieder die Wesen des Swarms in die Realität holen. Das Portal strahlt vernichtende Kräfte aus. Feiert, während ihr Zeuge werdet, wie niedere Wesen besiegt werden und ihre Umgebung vernichtet wird. Okay, jetzt geht es gegen das Chaos. Feindliche Gebäude, neues Marines, das wird lustig. Und ja, wir können wieder eine neue Nahkampfausrüstung wählen. Wir können unserem Symbiontentrupp die Verbesserte Infiltration geben. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Gestattet dem Symbionten während der Bewegung zu infiltrieren. Das Infiltrieren verbessert die Gesundheitsregeneration der Symbionten, was sehr praktisch ist. Oder halt den Tyrannienlichtor, den wir nicht unbedingt brauchen. Starttruppen, wir können jetzt statt den Venatoren einen Zoranthrophen auswählen. Tyrannenwache, Thermaganten. Machen wir das Ganze doch mal so. Oder geben wir den Venatoren Fernkampfwaffen. Ich bin dafür, wir benutzen bei den Zoranthrophen, da kann ich euch den auch zeigen. Oh, und wir sind schon am Bevölkerungslimit mit den Starttruppen. Deckung nutzen. Ja, brauchen wir als Tyrannien nicht wirklich, weil unsere Tyrannenwache eigentlich alles kaputt läuft. Aber trotzdem. Deckung bietet sich bei verschiedenen Umwelten und wird durch grüne oder gelbe Punkte auf dem Boden angezeigt. Eine hellgrüne oder gelbe Archivierung, die Gesundheitseinzeige des Trupps, zeigt an, dass sie sich in schweren oder leichter Deckung befindet. In Deckung erleiden Einheiten weitaus weniger Fernkampfschaden. Deckung wirkt in eine bestimmte Richtung. Schüsse von der Seite, auf der man sich versteckt, richten den vollen Schaden an. Macht auch irgendwie Sinn. Ich stehe vor einer Deckung und auf mich wird geschossen. Ich nehme weniger Schaden. Nein. Deckung hilft nicht bei Nahkampfangriffen oder Angriffen mit Sprengladung, Flamme oder Gift, was Sinn macht. Weil man im Nahkampf meistens die Deckung geht zerstört. Größere Einheiten haben keinen Vorteil durch Deckung. Okay. Ist auch klar. Weil meine Tyrannenwache läuft einfach durch die Deckung hindurch. Äh, hallo? Ja. Es geht weiter. Eindringlinge, seid ihr gekommen, um die Großartigkeit des dunklen Portals zu sehen? Dann kommt näher. Schaut zu, wie die Entropie des Worts Fleisch und Stahl an sich reißt und vergehen lässt. Wir werden eure Verzweiflung feiern. Okay. Wir haben schon mal unsere Truppen und wir haben schon Gegner, die... Ja, das... Bei der Tyrannenwache ist einfach alles bald weg. Den Kornschreien sollten wir auseinandernehmen, weil hier steht es schon. Der teleportiert Gegner herbei. Wir können vielleicht mal Biozidkanonen. So. Energie und alles. Dann könnten wir vielleicht den Schwabenlord verbessern, weil... Anforderungspunkte haben wir ja. Bessern wir die Gesundheit des Schwabenlords. Weil wir haben ja das Bevölkerungsleben schon erreicht, also brauchen wir die Sachen nicht für unsere Truppen. Wir haben einen ziemlich kleinen Schwarm im Augenblick. Der Zorn-Trop ist wirklich eine ziemlich Artillerieeinheit und eine Synapsen-Kreatur eigentlich auch. Das sieht man durch die Aura um ihn herum. Also durch ihn kann man den Schwarm kontrollieren. Also durch ihn kann seine Verbindung im Schwarmbewusstsein hergestellt. Oh, und ein Gegenstand. Rob. Rob sind sie typen Modula erhalten. Klingt interessant. Äh, ihr könnt auch wohl die Gang reifen. So. Der zerstört die Chaos-Schranke. Du kannst mal ordentlich draufhauen. Und die Randen-Pache. Naja, wirklich praktisch ist der Zorn-Trop meiner Meinung nach nicht gerade. Chaos-Energie-Barriere. Hm. Wir nehmen mich wohl davon abhalten, hier Sachen kaputt zu machen. Aber ob ich gut funktioniert, tut das nicht. Okay. Da sind wieder Gegner. Da sind wieder Gegner. Kaun wäre es circa. Die Nahkämpfer. Die sind Space-Marines, die auf dem Hall-Up-Brett ausgerüstet wurden. So, du kannst wieder aufstehen und kaum weitermachen. Und da sind auch Noise-Marines dazwischen gewesen. Noch mehr Gegner. Und da oben sind noch mehr Noise-Urwins. Das sind, glaube ich, Ramstein-Fels, die zum Chaos konvertiert sind. Das ist nervig, sind sie jedenfalls. Ach, und da ist noch ein Korn. Korn-Life-Tar. Der ist halt perfekt. So. Den Energie-Generator noch weg. Der gibt nämlich Ressourcen. Äh. Und wo ist mein Zorn-Turf? Der ist hier. Der kann da oben noch das Pot, das Zensch, den Zensch-Schrein wegschießen. Irgendein Zensch-Schrein. Da ist noch einer von der Sorte. Einfach weg damit. Und noch mehr Noise-Marines. Ja, die blockieren normalerweise nur eine Fernkampf-Waffen. Und im Nahkampf, meine Nahkämpfer können sie mit ihrer Druckwelle rumkatapultieren. Also wirklich wie Ramstein-Fels, die die Nachbarn terrorisieren. Oder Korn-Fels. Es gibt ja eine Band, die Korn heißt. So. Äh. Hier nimmst du mal das ein. Und du haust da drauf. Verdauungstümpel wir ansprochen. Ich glaube eher das Gegenteil. Wir löschen euch aus. Das hat das Schwam-Bewusstsein sicherlich wieder was dazu zu sagen. Oder auch nicht. Na gut. Äh. Hallo. Ich wollte das hier eigentlich eingenommen haben. Chaos-Barrieren. Sie löschen sich auf, wenn das total zerstört ist. Das liegt da oben. Großes Besuch. Ressourcenkont erobert. Und hier war, glaube ich mal, der Tempel, von dem man in der Missionsbeschreibung gesprochen hat. Oh. Neuralfresser-Wirkdornkanone. Klingt interessant. So, probieren wir mal eine Sporenmine aus. Können wir nicht. Wir haben nicht genug Bevölkerung. Wieder Nahkämpfer, die keine Chance gegen meine Tyranten-Wacher haben. Äh. Euch hole ich mal mit. Juck, lass mal raus. Aha. Wie sie rauskuchen. Schön, wird anzusehen. Generatoren weg. Die gegen Ressourcen. Da auf den Generator draufhauen. Oh, ein Chaos, Herr Wock. Ich habe nur eine kleine Truppe und der Gegner hat trotzdem keine Chance gegen mich. So, da sind noch mehr Gegner. Während meine Tyranten-Wacher da im Nacktenkampf kämpfen, kommen die anderen die Altare, Altäre weg. So, da ist eine Chaos-Barriere. Da will ich nicht unbedingt hin. Da ist auch eine, die völlig sinnlos ist. So, da ist aber ein Versorgungspunkt. Der wiederum praktisch ist. So, du gehst mal in Schlafmodus und heizt dich. Während du den Punkt einnimmst. Oh, noch ein Stein. Sieg-Ziel gesichert. Antwortet ihn mit Hass. Ja, ich antworte euch auch mit Hass. So. Noch mehr Chaos-Anhänger. Weg. Oh, dass da ist ein Chaos-Helfer von der Leser-Kanon. Okay, müssen wir aufpassen. Oder auch nicht. Noch mehr Kultisten. Ressourcenpunkt erobert. Können wir bei denen so eine Strohrabs sitzen. Ja, können wir nur blank. Dann bringt die uns wohl nichts. Das kostet so eine 35. Dann setzt mal hier eine ab. Hier haltet euch mal zurück. Und auch mit Antrieb. So, jetzt müsste die normalerweise gleich aufspringen. Was haben wir da rausgekriegt? Ein Absorberschwamm. Aber der gehört nicht mal uns. Und ich kann die Strohrabs-Mine da leider nicht zerstören. Okay. So nützlich ist das Strohrabs-Minen-Upgrade gar nicht. Oder wirst du nicht sterben, hä? Dann benutze ich dann doch lieber anderes Biomorph. Wieder neues Moniz. Und den Fernkampf unterbinden. Oh, Laserkanone geschützt. Das macht Schaden an schweren Einheiten. Wir sagen wir auch schon wie im Kölzer-Stoft worden. Und noch mehr Ressourcen für uns. Noch mehr neues Moniz. Wir haben eigentlich keine Chance gegen meine Tyrantenwache. Wir haben eigentlich keine Chance gegen meine Tyrantenwache. Sparbrauch mal mehr Nahkampf spendieren. Oder mehr Schaden allgemein, besser gesagt. Ist ja das Schöne, wenn man so einen Sparbruch bei einem Helden hat. Laserkanone, die nichts machen können, weil sie die falsche Richtung ausgerückt ist. Und da noch Gegner raushauen. Und da noch Gegner raushauen. So. Dann würde ich mal sagen, wenn wir den da losgeworden sind. Sammeln wir die Truppen mal hier. Und machen an diesem Punkt einen kurzen Cut, bevor wir das dunkle Portal angreifen. Also, bis gleich. Bis dahin. Bis dann.